Sie war ja noch nie eine Frau der vielen Worte. Da. Also ich liebe diese unsichtbare schwimmende Festung, aber nachdem sie jetzt ganz New York gesehen hat, wird Hammer jetzt sicher bald hier sein. Da bin ich ganz sicher, also müssen wir uns beeilen. Ich habe ein Klasse 5 Laser Array beschafft. Wir müssen es kalibrieren, damit es nicht überhitzt. Glücklicherweise bin ich ein Meister der Kalibrierung. Dann mal los. Okay, was zuerst? Und jetzt das Gehäuse einpassen. Bin dabei. Wow, netter Laser. Gehäuse sitzt. Und fertig. Wir sind nicht fertig. Oh. Wir müssen die Zielfeldantennen zurücksetzen. Na klar. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Verlass den Hangar und navigiere zur Spitze der nahen Transmitter. Okidoki. Wir sollten über die Hammerhead-Strategie reden. Meinst du nicht? Was gibt es da zu reden? Wir finden ihn und richten den Laser auf seine Kopfplatte. Der Laser erhitzt den Karbonstahl auf kritische Temperatur, was seine Molekularstruktur verändert. Und ihn weich macht. Und ich schlage ihn bewusst los. So weit, so gut. Aber könnte das nicht, äh, sein Gehirn schmelzen? Wenn der Wolf Schafe reißt, dann wird er vom Schäfer erschossen. Ok. Aber vergiss nicht, Schäfer. Niemand wird getötet. Ok? Fertig. Wie sieht's aus? System funktionstüchtig. Jetzt müssen wir die Ziel- und Leistungspegel testen. Cool. Moment. Ich werde doch nicht beschossen, oder? Noch nicht. Aber du musst diese Ziele starten. Ok. Ok. Bereit? Bereit. Bomben, los! Gekroffen! Los! Oh! Von mir aus, das macht Spaß! Und es geht weiter! Guter Schuss! Ist das Tontaubenschießen für Militärkräfte? Oh, aber vielleicht einmal noch, bitte? Du bist ein Kind. Ja, tja, in uns allen steckt doch ein Kind. Ja, ich habe noch ein paar mehr. Den... Was? Geh zu dem Terminal und warte, bis ich das System aktiviere. System bereit. Ich mache das. Okay. Das müsste gehen. Ja. Ist nicht mehr viel Zeit, weil er schon da ist. Und er hat auch einen Laser. Ja. Ihr zwei seid jetzt ein Team? Süß. Aber das wird euch nicht helfen. Äh, Sable? Ich könnte Hilfe gebrauchen. Der Link geschafft. Ich will los. Okay. Dann tanze ich, solange er den... Okay. Werden wir persönlich. Mann, ist der schnell. Danke. Ja. Durch dich weiß ich endlich, was ich jahrelang falsch gemacht habe. Um die Stadt zu beherrschen, muss ich mich erneuern. Mich entwickeln. Und jetzt bin ich erneuert. Und kann der Boss sein, der ich immer sagen wollte. Okay. Geschaffen. Das war's mit dir. Nicht lachen lassen. Geh da. Ich habe heute dran. Nehm das. Das wird ihr nicht nützen. Ich bin... Sable, wie sieht's bei dir aus? Der Laser ist wieder online. Harte ihn fest. Endlich. Jetzt kann ich nah an ihn ran. Schick mich an. Ihr könnt mich nicht töten. Ja doch. Ich muss schneller sein. Ich kann nicht töten. Ich kann nicht töten. Aber ich will dich ja gar nicht töten. Versuch doch, ab und zu. Ich will nur deswegen. Mach dich doch. Ganz genug. Bleib auf die Tante. Lass dir nicht den Kopf einsetzen. Guter Tipp. Und ein. Zack. So, Runde 2 von Kopf schmelzen. So, das ist jetzt meine Chance. Ihr geht einfach nicht auf, oder? Wirklich Trapfer. Aber ich töte euch trotzdem. Oh, was wollt ihr denn jetzt? Oh, okay. Du kennst gut, aber ich bin besser. So ein Mist. Töte den. Okay. Jetzt. Zähle, erpasst du. Yay, Teamwork. Jetzt auf ihn. Mach ruhig. Spinne. Ganz wie du willst. Bam. Ja, ich standen so Probleme. Und kein Respekt. Was ist nach nötig? Weißt du, wer Respekt verdient? Jemand, der weiß, wann Schluss ist. Och, Mann. Verdammt, verfehlt. Versuch's weiter. Der nächste trifft garantiert. Ich lasse die Bomben los. Du wirfst sie. Reaktiviere den Schild. Schild ist unten. Unzerstörber, was? Ja, nicht. Mach' mich fertig. Du wirfst sie. Ja, aber ich bin schon mal. Ich bin schon mal. I war bestimmt. Du wirfst sie. Ja, ich bin schon mal. Du wirfst sie. Du wirfst sie. macht bei mir mit ich hätte dann gern das ist ja okay ich bin zu meinen Nein, ich bin der Fall. Ja, ich bin der Fall, ich bin der Fall. Zack. Zack. Okay. Ich bin der Fall. Ja. Ich bin der Fall. Ja, ich bin der Fall. Ja, ich bin der Fall. Ja, ich bin der Fall. Ich bin der Fall. Okay, jetzt kommt der Fall. Ja, ich bin der Fall. Ja, das ist. Ja, ich bin der Fall. Ja, ich bin der Fall. Ja, ich bin der Fall. Ich bin der Fall gekommen. Danke. Bis dich. Jetzt hat er uns das Schiffen angemacht. Arschloch. Ja, ich bin der Fall. Ich bin der Fall. Was willst du denn? Da hat er eine gefangen und die auf ihn geworfen. Was wäre denn jetzt von hier? Das ist ja. Man muss grad nicht schräglich genug mit mir auf den Knie schlagen. Weil ich gerade noch halb viel Probleme hatte. Wie ich besucht. Nicht jetzt. Der Laser geht nicht. Warte. Ich hab eine Idee. Du kannst nicht lange warten! dann musst du springen also raumschiff na kommt er da wieder raus da kommt er wieder kannst du bitte aufgeben ich mit das hat spaß gemacht hehehe ich muss zurück nach syncaria stimmt du musst in den krieg ziehen ich kämpfe nicht zum spaß ich tue es um meinem volk zu helfen ich weiß dafür sind helden da ich bin keine helde aber ich habe etwas gelernt ach ja und was wie man gegnern mit schlechten wizen entwaffnet also das sind gute witze aber humor ist natürlich subjektiv und danke spiderman für alles wer hat sie dann gesagt klar hey kannst du mich in die stadt mitnehmen ich würde schwimmen aber diesen flussgeruch kriege ich nie wieder raus ich bin was das jetzt ja in erinnerung am szenenlied der uns all dazu inspiriert hat besser zu sein ich glaube die netzschießer sind etwas eng man gewöhnt sich dran versuch mit mir mitzuhalten 1 plus 1 gleich sieg 1 plus 1 gleich sieg du hast die zauber silberlein abgeschlossen die stadt nicht mehr in schläfgeschichte 5 5 6 10 11